Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück zu meinem ersten Part von Fortnite. Und sorry, oh sorry. Und wir spielen heute im Team-Modus. Und dann müssen wir erstmal die Gruppe hier verlassen. So. Jetzt spielen wir natürlich im Team-Modus und wir versuchen, epischer Sieg zu werden. Und ja. Ich muss mal schnell noch die Kamera perfekt stellen, sodass ihr alles seht. So. Jetzt seht ihr alles, hoffentlich. Ich bin natürlich mit PS4. Und ja. Dann geht's los, wenn wir in der Runde sind. Bis dann. So und jetzt sind wir, das neue Update gab's auch. Jetzt sieht das alles so. Und ich würde sagen, wir gehen zu Retail Row. Meine absolute Lieblingsstelle. Ich hab den Hüftenschwinger. Ganz wichtig. Und ich hab den Ritterskin, den Knappen. Oder wie man den auch nennt. Keine Ahnung. Und jetzt muss ich auch mal suchen, wo das ist. Und jetzt muss ich auch mal suchen, wo das ist. Dann spring ich erstmal noch nicht raus. Hier Tilted Towers. Das ist eine neue. Hüftenschwinger. Hüftenschwinger. Und jetzt spring ich raus. Und ich hab die Pulsachs. Und ich nenn das, wenn wir hier öfters hinfliegen, nenn ich das jetzt mit euch. Das Free House oder Free Chest House. Keine Ahnung. Oder ich geh hier nicht hin. Wenn ich dann gehe, dann heißt es so. Wie ich es gerade gesagt habe. Wir gehen hier hin. Mal gucken, ob hier eine Kiste ist. Und auf jeden Fall nein. Dann bauen wir uns runter. Hier haben wir doch auf jeden Fall. Oh mein Gott. Taktische Schruppchen zu blau. Und hier ist auch keiner. Obwohl, da hab ich gerade was gehört. Oder war ich das? Ich glaub, das war ich. Jetzt gehen wir erstmal hier rum. Gucken. Ob hier jemand ist. Oder not. Und nicht wundern, wenn ich schlecht bin. Ich hab halt noch Schule ja immer. Ich bin jetzt auch nicht der Beste in Fortnite. Oh, jetzt hab ich Solo gespielt, ne? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Jetzt spiel ich Solo. Und da baut jemand... Oh mein Gott. Oh, schisch, 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 schisch. Da baut jemand. Vielleicht habt ihr einen auch schon gesehen. Scheiße. Zwei gegen... Ähm, ein. Okay, dann spielen wir jetzt den Einheitsmodus. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao. So, meine verehrten Damen und Herren. Hier sind wir wieder. Und wie kommt da raus? Ähm, dann gehen wir hier hin. Anaschi oder Greasy Groove. Gleich. Okay. Oh. Ja, Tomato Town. Anaschi. Komm, Anaschi, Eggroos. Bitte, bitte, bitte. Komm, komm, komm. Nimm Anaschi. Oh, es. Ach, dann Tomato Town. Dann so. Soll ich jetzt mal langsam rausspringen? Weil ich will in den zwei Tunneln, Tunnel, die hier sind. Ja. Jetzt muss ich es hier nochmal suchen. Oder ich gehe hier zum Standardhöchst. Oh, das sieht aus wie ein Dreikistenhaus. Das ist ja auch richtig geil. Jetzt muss ich es nochmal ankommen. Okay. Ich höre schon was ganz Kleines. Irgendwie das hier was ist. Ja, irgendwo. Was ist hier? Das und das. Ist hier nichts. Alles klar. Was zur Hölle? Ja, hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Was? Ich kriege gar nichts. Wie unfair. Ja, schön. Nur Munition. Also. Hab ich das jetzt nicht genommen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwo. Ist da. Ich weiß es. Ich hab sie gehört. Aha. Hier ist das. Hier ist das. Da bin ich hingekommen. Hier oder was? Hier ist überhaupt nichts. Wirklich nichts. Kann sein, dass ich zwei Folgen machen muss. Ja. Bestimmt. Die Zeit rennt. Ja. Ja. Oh, sehr schön. Was ist das? Nochmal eine Börse. Kann man sich geben. Und hier ist eine Eier. Ich liebe Eier. Schreibt mal in die Kommentare, was eure Lieblingsmache ist. Was zur Hölle? Okay, dann machen wir hier erstmal Schluss. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kläschgema.